Hallo, ich bin Catherine Woodward-Thomas, zugelassene Ehe- und Familientherapeutin und New York Times Bestsellerautorin von Lass uns in Frieden auseinander gehen, wenn die Liebe endet. Trennungen können selbst in den Besten von uns das Schlimmste hervorbringen. Trennungen können traumatisch sein. Dr. Judith Herman von der Harvard Medical School bezeichnet Trennungen als Bruch einer Bindung. Und sie sagt, dass es eines der schwierigsten Dinge ist, die wir jemals durchmachen müssen. Inmitten einer Trennung können wir alle möglichen Dinge sagen und tun, die nicht unserem Verständnis von uns selbst entsprechen. Unsere Körper werden mit Adrenalin und Stresshormonen überflutet. Und wir fangen an, uns auf eine Art und Weise zu verhalten, die uns selber fremd ist und nicht der Ethik der Person entspricht, die wir eigentlich in diesem Leben sein wollen. Dadurch können wir uns selbst und unseren Kindern einen enormen Schaden zufügen. Aber uns sollte klar sein, dass wir und unsere Kinder die Konsequenzen jeder unserer Handlungen und jeder Entscheidung, die wir in dieser schwierigen Zeit treffen, tragen werden. Wir wollen einen Weg finden, um in Integrität mit unseren Idealen und in Übereinstimmung mit unserer Ethik zu handeln, trotz dieser negativen Emotionen, die uns einfach überrollen können, wie Flutwellen aus Negativität. Wir betrachten unsere Trennungen als ein Scheitern der Liebe. Und irgendwie muss jemand verantwortlich und schuld sein, wenn eine Beziehung endet, bevor ein oder beide Partner sterben. Doch statistisch gesehen haben die meisten von uns zwei oder drei bedeutende Beziehungen im Leben, was eine oder zwei schwere Trennungen mit sich bringt. Ich bin pro Ehe, aber nicht pro Leid. Und wenn eine Zeit kommt, in der eine Trennung das Richtige ist, gibt es einen Weg dafür, der alle Beteiligten gesund, heilsam und frei weiterleben lässt. Und in einer Zeit, in der sich pro Jahr mehr Menschen trennen, als dass sie sich ein neues Auto kaufen oder eine Grapefruit zum Frühstück essen, ist es an der Zeit, dass wir lernen, das besser zu machen. Deshalb habe ich die fünf Schritte für eine bewusste Trennung entwickelt, damit wir lernen können, wie wir dies bewusst und in Einklang mit unseren Grundwerten tun. Auf eine Art und Weise, die es uns selbst und denjenigen, den wir lieben, ermöglicht, sich zu entwickeln, so dass wir unsere Lektionen lernen und auf eine Weise wachsen können, die sicherstellt, dass wir erstens nie wieder die gleichen Fehler machen und zweitens dafür gerüstet sind, in unserer Zukunft eine glückliche, gesunde Liebe zu erleben. Ich unterrichte die bewusste Trennung, weil ich selbst so durch die hässliche Scheidung meiner Eltern geprägt war und ich dadurch selber jahrzehntelang in toxischen Beziehungsmustern feststeckte. Als mein erster Mann und ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden, einigten wir uns darauf, dafür zu sorgen, dass unsere Tochter nach unserer Scheidung eine glückliche Kindheit haben würde. Ich freue mich, sagen zu können, dass wir das wirklich gut hinbekommen haben und dies zur Grundlage von der bewussten Trennung wurde. Und jetzt möchte ich dir beibringen, wie du das auch kannst, damit du und deine Familie in der Zeit nach einer Trennung oder Scheidung heilen können. Egal, ob du gerade mitten in einer Trennung steckst, ob du immer noch unter dem ungelösten Schmerz einer vergangenen Trennung leidest oder in naher Zukunft eine Trennung in Erwägung ziehst. Eine bewusste Trennung kann dich vom Herzschmerz befreien und dir zu einem offenen, gesunden, leichten und freien Herzen verhelfen. Sie wird dich in die Lage versetzen, deinen Schmerz zu nutzen, um dein Herz zu öffnen, so dass du dich endlich von schmerzhaften Mustern in der Liebe, die dich vielleicht jahrzehntelang geplagt haben, befreien kannst. Du kannst Trennung in Liebe und Respekt mit oder ohne die Zusammenarbeit oder Teilnahme deines ehemaligen Partners erfolgreich durchlaufen. Eine Person reicht aus, um sich bewusst zu trennen. Wenn du an dieser Quest teilnimmst, wirst du lernen, wie du deine Emotionen auf eine Weise beherrschen kannst, wie du es noch nie zuvor getan hast. Du wirst erfahren, wie du dich auf eine Art und Weise mit deiner inneren Kraft verbinden kannst, wie du es dir schon immer gewünscht hast. Du wirst dich von deinen schmerzhaften Mustern in der Liebe lösen. Du wirst einige der fehlenden Fähigkeiten und Fertigkeiten beherrschen, die dir helfen werden, die Fehler der Beziehungen in deiner Vergangenheit zu vermeiden. Du wirst es zusammen mit Gleichgesinnten tun, die dich auf dem ganzen Weg begleiten und unterstützen werden. Mit anderen Worten, am Ende unserer gemeinsamen fünf Wochen wird es dir viel besser gehen und dein Leben wird sich so sehr verändern, dass du, selbst wenn die Trennung eines der härtesten Dinge ist, die du je durchgemacht hast, vielleicht sogar richtig dankbar dafür bist. In unseren fünf gemeinsamen Wochen wirst du durch die fünf Schritte der bewussten Trennung gehen, wobei du jede Woche einen Schritt machst. In Woche eins, finde emotionale Freiheit, wirst du lernen, wie du deine negativen Emotionen in den Treibstoff umwandeln kannst, den du für positive Veränderungen in deinem Leben benötigst. In Woche zwei, hole dir deine Kraft und dein Leben zurück, wirst du lernen, wie du für deine Sicht der Dinge auf eine Weise verantwortlich sein kannst, die dich davon befreit, jemals wieder dieselben Fehler zu machen. In Woche drei, durchbrich alte Muster und heile dein Herz, wirst du dir über die Grundüberzeugungen klar werden, die deine schädlichen Muster in der Liebe bisher angetrieben haben. Und du wirst tatsächlich befreit werden, um über sie hinauszuwachsen. In Woche vier, Liebesalchemist werden, wirst du in der Lage sein, die Energie zwischen dir und deinem ehemaligen Partner zu verändern und alle Beteiligten mehr Frieden spüren zu lassen. Und in Woche fünf, glücklich trotz Trennung, wirst du in der Lage sein, Strukturen zu entwerfen, die allen Beteiligten eine positive Zukunft ermöglichen. Das wird eine großartige Reise und ich kann es kaum erwarten, dich dabei zu haben, damit ich am Ende unserer gemeinsamen fünf Wochen sehen kann, wie weit du gekommen bist und dass dein Herz jetzt glücklich, ganz und frei ist. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Mindvalley bietet dir eine 15-tägige Geld-zurück-Garantie, um auszuprobieren, ob der Kurs das Richtige für dich ist. Du musst also noch nicht einmal Ja sagen. Du sagst nur Vielleicht. Aber ich bin mir sicher, dass du diesen Kurs lieben wirst. Er wird dir helfen, deine schmerzhaften Beziehungsmuster ein für allemal aufzulösen. Ich freue mich darauf, dich in der Quest zu sehen. Aber da sind so Gesundheit und da sind so. ... ... Vielen Dank.